Oh Gott, oh Gott. Na komm, lass uns schon hoch. Das ist Alexander. Das ist ein Porträt von ihm. Das ist ein Arbeitszimmer. Für diese Musik lässt einen garantiert hier nichts Gutes erwarten. Notizen zur Folter. Es sind einige wichtige Punkte, über Folter anzumerken. Ich hatte angenommen, dass die Reaktion der Opfer sehr unterschiedlich sein würde. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerzen und der Angst vor dem Bevorstehenden um. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu benigen. Selbst das schüchternste Geschöpft kann in Gewalt ausbrechen und seine Stärke, die erwartete, weit übersteigen. Würde der Wille des Opfers gebrochen, sollte dieses allerdings kein Problem sein. Es hemmt jedoch auch den von mir gewünschten Effekt. Je nach sind folgende Schritte einzuhalten. Das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist, die Art der anzuwendenden Foltermethode zeigen und mit dem eigentlichen Folterakt beginnen. Das Vorzeigen des Foltermethode soll das Opfer in Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Die bloße Vorstellung an das Bevorstehende versetzt das Opfer in dennoch größere Angst. Bei Zufügen der Schmerzen sollte zu großen Schaden vermeidet werden. Die besten Resultate erzielt werden, wenn die Prozesse aufrechterhalten werden. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosen zugefügt werden. Wenn möglich mit Pausen, damit sich der Körper beruhigen kann. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte einmal erfolgen, dann warten, bis der Schmerz vorüber ist und dann wiederholt werden. Solange der Körper leidet, wird Lebensessenz produziert und das Blut mit ihren Eigenschaften gesättigt. Nur bei behutsamer Vorgehensweise wird der maximale gewünschte Effekt erzielt. Verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist wahrscheinlich, dass alles umsonst war. Um das zu vermeiden, ist Amnesie-Trank zu verabreichen und es später erneut zu versuchen. Oh Gott. Aufgenommen eine Schnur. Boah. Bist du es, meine Liebste, die ich so vermisse? Oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich genommen geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie. Ein dämonischer Sultan, der auf einem dunklen Bergkipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit. Bis sie meinen Kopf auf dem Tablett präsentiert haben wollen, muss ich aus dem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann, soll ich untergehen. Ja, dann wäre es gut gewesen, wenn er untergegangen wäre, würde ich mal sagen. Okay, wir haben jetzt die Hälfte geschafft. Das heißt, wir gehen wieder zurück, machen das Tor zu, also sprich den Hebel hoch, äh runter wieder und den anderen Hebel und gehen auf die Folterkammerseite. Das war ja hier der, der, das Schiff. Oh Gott, oh Gott. Recken. Jetzt gehen wir nach oben, legen dort die Hebel um und gehen wieder runter. Wir brauchen möglichst wenig Lampenöl einfach. Gehen zum Altarraum und finden die restlichen, die restlichen Kugelstücke könnten, können im Altarraum gewesen sein. Im Altarraum waren wir ja schon. Ich würde ganz gerne trotzdem nochmal kurz nach oben gehen und die Hebel tauschen. Vielleicht kann man ja auf die andere Seite noch gehen. Da. Puh, das war aber schon etwas eklig da unten gerade. Querschiff. Oder Querschiff oder wie auch immer das Ding da hieß. Also auf jeden Fall da in der Folterkammer. In den Folterkammern. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt den Hebel runter mache. Okay, das kann man nicht. Okay, aber der geht jetzt auch hoch. Die Laterne ist mit einigen Öltropfen aufgefüllt. Okay, es war ein bisschen Öl anscheinend doch nochmal drin. Jetzt ist garantiert unten die zweite Seite offen. Mal gucken, was wir da hinter finden. Daniel, du hast zu weit weggegangen. Ich muss dich stoppen. Ich kann nicht mehr weiter gehen. Ich bin sorry, mein Freund. Ich glaube, das war jetzt keine Einbildung mehr. Kein Gedanke mehr. Ich glaube, das war Alexander, der jetzt wirklich zu uns gesprochen hat. Der, der uns aufhalten möchte. Ja, das habe ich mir auch gedacht, dass ich das schaffe. Hier Zündpulver haben wir noch. Drei. Okay, also können wir hier mal ein bisschen Licht machen. Und Öl sparen. Ja, das hat man im Dunkeln ganz gut gesehen da. Warte mal, wenn wir das anzünden, brauchen wir vielleicht das Öl nicht. Bei Hofe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen zu, während ich ruhig da sitze, absichtlich vergesse. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie senken schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder in den Diskussionen zuwenden. Sie alle wissen, ich bin Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben. Und auch sie werden älter und dahinscheiden, während ich da derselbe bleibe. Nicht nur die Zeit gealtert, sondern durch Qualen. Wir, 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 also Alexander altert tatsächlich nicht. Der hat einen Weg, also einen Weg gefunden fürs unendliche Leben. Akriba beeinflusst Vaya. Vaya verspottet mich von der anderen Seite. Ich vertraue ihm den wahren Grund meiner Anstrengung an. Und dennoch besteht er darauf, dass ich Akriba freilasse. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann soll, der so wenig Mitgefühl zeigen kann, widert mich an. Ich kann mich nicht von Akriba trennen. Ist schon seit Jahrhunderten meine einzige Verbindung zu den jenseitigen Welten. Vaya behauptet, er versuche sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich muss ihm aber zuerst Akriba geben, damit auch er helfen kann. Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gern diesen Gefallen tun. Aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen. Wenn mir meine Rückkehr verweigert wird, ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe ihren Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl. Aber ich darf ihn nicht verlieren. Beihung vorbereiten. Vaya sagt mir, dass ich Akriba befreien könnte, ohne töten, indem ich ihn ein Tunikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tamta für abreiche. Giftigen Pilze sollen eine lebende Wirkung haben. Dazu muss ich die inneren Drüsen eines großen Exemplares finden. Der Alptomarm scheint für diese Sorte fruchtbaren Boden zu sein. Dann könne ich seinen Inhalt mit den entsprechenden Werkzeugen extrahieren. Die Lebensessenz könnte ich wie gewöhnlich aus dem Blut jedes bliebigen gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine größere Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Tamta hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Schon allein das Schreiben des Wortes mit diesen Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekretes des wasserbewohnenden Kerank. Ich muss mit Vaya darüber sprechen. Er muss mir einen Wörr zur Verfügung stellen. Auch eine gute, präparierte Quelle sollte genug davon enthalten. Okay, wir haben also jetzt das Sekret schon, was wir brauchen. Auf einem Notizzettel steht etwas von einer Mischung, die aus drei Intelligenzien hergestellt wird. Äh, die... ja, gut, die Notiz haben wir. Okay, wir müssen also noch zwei Intelligenzien finden. Der Alptraumraum. Oh Gott. Der Name ist schon furchtbar. Er öffnet voraussichtlich, okay. Immerhin ist er gut beleuchtet, der Eingang. Ich glaube, da unten rennt unser Freund wieder rum. Erst umgucken, bevor wir uns das in die Hand nehmen. 15. August 1839. The Bloodwords are failing. The Shadow beckons. And its cry disarms my actions. Hurry. No time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry. Alexander. You must let me be. I have to concentrate. Take the man. Cut the lines. Cut the flesh. Watch the blood spill. Let it come. Okay. Jetzt schläft er. Ja, der schläft. Okay, er hat also, dadurch, dass er die Menschen opfert, ähm, der Schatten von ihm wegweicht. Der Schatten von ihm, okay. 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 Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Okay. Oh nein, jetzt hängt der hier. Gerade war er doch gerade noch nicht da. Okay. Ein bisschen Lichtpulver. Erzshundpolder. Ähm, warte mal, was konnte ich da gerade? Nachdem die Männer den Gefangenen gefesselt hatten, konnte das Ritus beginnen. Okay, nee. Müssen wir den da jetzt hinhängen? Das Hauptschiff. Die dicke Flüssigkeit verteilt sich auf seiner Zunge. Er schluckt übermütig. Okay, wir werden schon wieder etwas irrer. Hier haben wir eigentlich doch hoffentlich Licht. Okay, das hören wir uns gleich an. Ich gucke erstmal in die Schubladen. Gut. Oder wir lesen es uns besser durch. Es ist ja nicht anders. Bei Hofe wirft man sich am... Oh, das ist doch gegenseitig. Hä, das hat... Wir schon. Sind wir gerade zurückgegangen? Ja, wir sind gerade zurückgegangen. Das ist der Altarraum... Äh, Albtraumraum. Ach Mist, falsche Richtung. Ja, abscheulich, dachte er. Gute Männer könnten glücklich sein über ihre Abreise. Denn sie sind nichts als eine Belastung für die Menschheit. Okay, wir sind also in die falsche Richtung gelaufen. Wir müssen nach unten, nicht nach oben. Oh Gott. Was erwartet uns? Albtraumraum, Haupthalle. Puh, diese Gänsehaut überall. An diesem Tag starb etwas in ihm. Zu sehen, wie sich dieser Mann davon machte. Ja, das kannten wir schon. Warte, wo sind wir hier? Was sind meine Intentionen, Daniel? Die darunter sollten wir, glaube ich, nicht. Das war's. Aber jetzt haben Sie nur eine Verkaufung. Wie verletzt Sie Ihre Verkaufung? Wie verletzt Sie Ihre Verkaufung? Ist es für den größeren Wissen? Ist es für den größeren Wissen? Ist es der Welt ein Wissen? Es ist Sie, der hat all diese Schmerzen und Todes. Wenn Sie Ihre Verkaufung haben, wenn Sie Ihre Verkaufung haben, wenn Sie das erste Verkaufung haben, nichts davon hätte passieren können. Es ist die Verkaufung mit Ihrer Selbstlosigkeit, die uns beide töten. Was ist die Verkaufung? Die Verkaufung ist gut für Ihre Verkaufung stille während der Procedure. Sie können sich um die Verkaufung um die Verkaufung, oder einfach um die Verkaufung über die Verkaufung, um die Verkaufung zu den Schmerzen und Schmerzen. Die Verkaufungen sind, bei diesem Punkt, benötig, und Sie können die Verkaufung in jeder Art, wo Sie gerne mögen. Aber die Vorteil der Rhele sind die Gäste. Wenn Sie entschieden haben, dass die Verkaufungen sterben werden, Sie können ihre Schmerzen mit einem Schmerzen indem sie zwischen den Fräumen entgegenzen. Aber sie werden sterben. Zu schnell, meine ich. Nein, keine Angst. Das menschliche Körper ist viel mehr resilient. Sie können über Tage überleben, bis sie endlich zurückkommen. Okay. Der Typ ist echt krank. Das Rad. Die Gliedmaßen des Mörders wurden an den Radspeichen gebunden. Sie drehten das Rad bewusst langsam, damit sich das Seil fest um seine Beine legte, bis die Knochen knackten. Er hatte nicht mehr die Kraft zum Schreien. Die beiden Männer nickten sich zu, nahmen einen Hammer und schlugen mit damit in einem letzten Akt der Gnade auf den Oberkörper des Mannes ein. Ja. Das Stück der Kugel haben wir. Noch irgendwas hier in diesem Raum? Okay, sieht nicht so aus. Der Hammer. Weg damit. Okay, wir werden langsam irre. Wir müssen hier raus aus diesem Raum wieder. auf in den nächsten. Ich hoffe, dass wir den schnell finden. Ja, das ist schöner Wanderer. Willkommen im Stream. Will ich wissen, was das für ein Geräusch ist? Hier kommen wir nicht rüber. Ich glaube nicht, dass wir hier rauf kommen. Doch, kommen wir. Okay. Oh nein. Unser Freund. Ja, es... Ich war schon auf der richtigen Spur. Man musste das Seil mit einem Stein kaputt machen. Ich habe keine Ahnung, ist unser Freund jetzt weg? Kommen wir hier rauf? Kommt hier rauf? Okay. Wäre auf jeden Fall eine Abkürzung, als wenn wir außen rum gehen müssten. Machen wir uns mal hier so ein bisschen Licht ab und an mal irgendwo. Okay, der nächste Folterraum. So, zu damit. Eine Kuh. Wie hat man denn... Nein, das ist eine Metallkuh. Das ist ein Brennofen, oder? Der Verräter wusste nicht, was er von dem Messingboden halten sollte, als er gezwungen wurde, hineinzusteigen. Erst als die brennende Hitze anfing, seine Haut zu versenken und sein Fleisch zu garen, begriffen, dass es sein Grab sein sollte. Seine Schmerzenschreien halten in der Messingkammer wieder. Sanken bis zum Kopf des Bullen. Draußen konnten die Männer den Bronzembrillen brüllen hören. Boah. So. Wo ist jetzt hier... Da haben wir das Stück der Kugel. Eins fehlt noch, ne? Eins, zwei, drei... Eine Kugel müssen wir noch finden, ein Teil. Können wir die schon mal zusammensetzen? Joa, es geht so. Bisschen Magenprobleme heute. Aber sonst ist alles super. Und dir? Warte. Ich hoffe, dieser Typ, den wir hier jetzt schon wieder rumlaufen haben, dass der ganz weit weg rumläuft. So. Kommt bitte, lass die Folterkammer hier irgendwo sein, die letzte. So. Irgendwie bringt dieses Licht hier in diesem Raum auch nicht viel, dass es so groß ist. So. Ich glaube jetzt sind wir gleich einmal außen rum. Es müsste eigentlich auf der Seite sein, die letzte Kammer irgendwo. Dann heißt es hier diesen Weg irgendwie wieder rausfinden aus diesem... Albtraumraum. Ich meine, der Name ist schon echt treffend. Okay. Der letzte Albtraum. Oh, hab ich mich erschreckt. Uiuiui. Uiuiui. Sie glänzt im Licht und wartet nur darauf, dass er für einen Moment seine Haltung verliert. Er stieß sich am Knie und fühlte, wie das Blut seinem Bein herunterlief. Vor Schmerzen fiel sein Kopf leicht nach vorn. Es dauerte eine Weile, bis er ergriff, dass er sich soeben seine Augen aufgespießt hatte und es nun auslief. Oh, wie eklig. Diese Folterkammern sind echt schon eklig. So, liegt hier das Artefakt? Es leuchtet hier so rot. Kugelteil Nummer drei. Okay, damit müssen wir jetzt in diesen anderen Raum. Ja gut, wenn viel los war, war wenigstens ein bisschen was zu tun und nicht die Zeit verging, ne? Okay, zurück zum Raum, wo wir die Fassung für die Kugel gesehen hatten. Und raus aus diesem Albtraum. So, gibt's hier noch was? Nee, gut, doch da. Aufgenommen zündender Buchse. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier nochmal raus? Okay. Ja, das ist ätzend, wenn sowas passiert. Okay. Wo war der Ausgang? Wo war der Ausgang? Ich hab keinen Namen mehr, wo wir reingekommen sind, hier in diesem Raum. Ja, was eh viel zu groß ist. Der Albtraumraumeingang. Wo. 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 Untertitelung des ZDF, 2020